Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es mal eine Black Ops 2 Live Session. Ich werde jetzt gleich ungefähr so zwei Stunden spielen und dann für euch die besten Szenen zusammenschneiden, ein bisschen die Margarit auspacken, die 100er Brezi mit der M8A1. Ich hoffe, das wird euch gefallen und ja Leute, das letzte Video bzw. das letzte Live-Kommentar, ihr habt ja über 63.000 Likes, richtig nice. Das Video an sich kam ja auch unglaublich gut bei euch an, auf jeden Fall danke dafür. Und ich würde mal sagen, los geht's. Okay Leute, erste Runde Herrschaft auf Hijack ist angesagt. Drei, zwei, eins, let's go man. Einfach mal wieder hier schön M8A1, oh mein Gott, das Feeling. Nice, schön. Oh nein, Alter, war den einen habe ich noch schön geholt. Boah ey. Oh mein Gott, der Gunfight, nice. Oh, let's go. Was mit was denn? Er holt mich direkt. Direct Impact mit der scheiß Blendgranate. Egal, scheiß drauf. Orbi und der erste EMP. Raus damit. Hehehe. Oh nein, Jungs. Oh, da war noch einer. Alter, meine Güte. Wie die schon wieder auf mich geiern hier. Junge, wie ernst der macht. Schau mal, dieser Black Eagle. Krieg hier nicht. Boah, nice. Die Kill Priorisierung habe ich nicht verlernt. Boah, Alter, wie die alle hier geiern, ne? Boah, nice. Let's go. Nächster Orbi. Alter, Leute. Was ist hier? Ah, was geht hier los? Oh mein Gott, Alter. Das macht voll Spaß. Oh nein. Wie er sweated. Jawoll. Nein, er holt mich. Oh, du Frechtax. Lisa mit Elsa-Schall-Dämpfer-Head ist sie da im Head-Clitch. Auf Skrupulous holt sie mich. Seit zwei Monaten nicht mehr Black-Off-Sei gespielt, aber 100er ist schon eigentlich am Start. Oh, Lisa kassiert. Jetzt habe ich mich revanchiert. Da war sie. Ah, 52 zu 13 gegen die paar Tryhards. Aber mal gucken. Ich denke mal, in den nächsten Runden sollte bestimmt die ein oder andere Nuklear drin sein. Oh, nice, Teammate. Capture Kill. Schönes Ding. Nachladen. Jungs, ich habe irgendwie... Oh Gott, ich wusste, dass einer von hinten kommen könnte. So, Drohne raus. Digga, er macht richtig ernst. Kommt er jetzt da? Jetzt kommt er. Nice, Jungs. Oh, wie? Raus. Kommt, den holen wir uns hier links. Oh, Leck, Leck, Leck. Leck des Todes, ey. So. Machen wir das jetzt am besten. Ich brauche Kills. So, nice. Einer ist noch ganz hinten im Spawn bei C. Perfekt. So, weiter geht's. Schön. So, läuft doch auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, schon eine 10er-Strike oder so. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal hier ganz sicher und ruhig eine Nuklear zu erreichen. Ja, und dann kommt direkt der knappeste Gunfight aller Zeiten. So, Achtung. Feindliche Drohne. Wow, 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 wow. Jungs. Alter, was war das denn? Tschüche. Okay, EMP raus. Jetzt kommen die hier. Alter, ich komme gerade. Alter, was ist hier los? Alter, was ist denn das hier? Jungs, meine Güte. Brutal. Schön, 26. Ich kann's noch. Jungs, Black Ops 2 habe ich noch nicht verlernt. Komm. Alter, what the fuck? Mann, das ist ja übelst die Intense Nuklear, ey. Und, habe ich Nuklear? Ich glaube, ich bin 1 vor oder so. Alter, ich bin 1 vor Nuklear, ne? Digga, digga, digga. Ich will jetzt nicht sterben. Meine Güte, Mann. Ich muss ja echt noch... Wow, let's go! Nuklear, Mann! Oh, der Horst dash. Läuft, Mann! Oh, wie raus. So, läuft, Mann! Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, Jungs, bin ich am sweaten, das gibt's ja nicht Tschüss, ey Alter, Alter, war das knapp jetzt alles Nice Eine Minute habe ich noch Zeit Nice, Mann Ich schaff's nicht mehr zeitlich, Jungs Ah, schade, einfach nicht mehr zeitlich geschafft Aber ich glaube, eine 23er-Streak oder so habe ich den noch gedrückt Richtig nice Ich denke, jetzt werden wir ein bisschen mit der MSNC oder so sweaten Und ja Okay, Leute, nächste Runde Diesmal mit der Vector Team Deathmatch auf Slums angesagt So, weiter Im blauen Haus ist noch einer Den snacken wir uns Nein, hinter uns Holy crap, Leute, wir haben das schon wieder überlebt Oh mein Gott Komm zu Papa Muss ich mal kurz campen Eins Zwei Ey Nice Oh, wie raus Heiß Alter Boah Oh mein Gott Oh, er macht richtig ernst Boah Alter Ist das hier intense Oh, halt Ist das hier intense Let's go wie er mich holt one shot nice alter obi rauskommt so jetzt läufts grad richtig gut muss ich sagen look hat der mich jetzt nicht gesnipet so nice gut gehabt wie ich dich schon wieder bin mann so ich glaube 1v oder so haben wir jawoll alter oh mein gott was geht hier ab das kann eigentlich gar nicht sein was ich gerade hier überlebt habe geil loll double turn on oh fuck oh quad feed go 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 Wie die ausrasten. Die haben mich erkannt anscheinend. Oh mein Gott, Wasser. Was geht ab, Alter? Grüße an euch hier. So, die 6-Mann-Party kriegt jetzt ein Scheiß-Nuklear-Gedrücktes-Nicht-Verfickt nochmal, egal. Komm, Alter. Kassiert du da. Oh nein, er hat mich gesehen. Scheiße. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt. Tschüss. Glück gehabt. Scheiße. Oh yeah. Komm, komm, zu Papa. Nice. Okay, kurz nachladen. Glückton! Nice. Oh mein Gott. Boah. Leute, ich bin so am schwitzen für dieses Video. Das ist echt nicht mehr normal, ey. Oh oh. So, das war die richtige Entscheidung, hier wegzulaufen. Nice. Let's go, Alter. Holy crap, Mann. Robi raus. Komm, 21. Oh fuck. Oh mein Gott. Nice. So, da sind noch zwei. Der andere ist schon tot. Oh, ich hab hier schon Halluzinationen, glaub ich. Nice. So, komm. Oh Gott, Leute. Der Gunfight. Ich bin da fast. Oh. Oh. Oh, oh. Tschüss, Mann. Oh. Das ist ja auch. Oh. 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 Yes, man. Oh, mein Gott. Wow. Das ist ja echt... Ja. Nicht mehr normal, wie ich hier am sweaten bin die ganze Zeit. Oh, mein Gott. Jungs, 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 Jungs. Hier schön gegen diese 6-Mann-Party oder 5-Mann-Party. Nice, Alter. Ich glaube, wir quitten jetzt einfach mal. Wir gönnen uns jetzt hier diesen Quit als Belohnung. Also, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Mir hat es echt richtig viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt, glaube ich, boah, keine Ahnung, bestimmt über 2 Stunden gespielt. Und ich übertreibe nicht mit der Aussage, eine einzige Nuklear-Zurseite Black Ops 2 ist schwerer als irgendwie mindestens eine Double DNA in AW oder so. Die Lobbys sind teilweise richtig krank. Aber nun ja, Leute, waren auf jeden Fall richtig coole Szenen dabei, wie ich fand. Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, gefallen. Lasst eine Bewertung da. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und die erste Begegnung. .